Tag zusammen und herzlich willkommen bei eurem Jojo Sojo und willkommen zurück zu Age of Wuling. Wieder mal in funktionierender Ausführung. Also nicht Age of Wuling war das Problem, sondern meine verpeilt halt, keine Ahnung, wie ich es vergessen konnte, den Netzteilstecker vom Mischpult einzustecken. Aber jetzt sitzt auf jeden Fall, die Lampe leuchtet, alles picobello. Ja und was ich auf jeden Fall aufgreifen will, natürlich vorgestern natürlich für euch, an das Spiel Deutschland-Ghana gegen Ghana 2 zu 2. Und natürlich, also erstmal das Spiel an sich ein Spektakel meiner Meinung nach. Es war wirklich sehr spannend bis zur letzten Minute. Vor allem die letzten Minuten waren echt sehr extrem, nachdem Klose, das sein 15. Tor gemacht hat, WM-Tor. Und da war ja nochmal richtig Druck in den Segeln. Und das war schon krass, also war schon viel dabei, das hätten wir vielleicht 3-2 gewinnen können, aber naja, was soll's. Es war jedenfalls, mir hat's sehr gefallen. Ich war auch, ja das heißt auch, ich war zum Public Viewing, war also sehr, sehr gute Stimmung dort. War super, hat mir sehr Spaß gemacht. Und natürlich ist auch der, das Tor von Klose natürlich eigentlich, also nicht eigentlich, sondern ist eine super Sache, denn er ist jetzt gleich auf mit Ronaldo. Und braucht nur noch ein Tor für den neuen Rekord, was ich auch sehr sympathisch finde. Dass Ronaldo direkt bei Twitter dann gepostet hat, das, ähm, Welcome to the Club, äh, Welcome to the Club, oder Willkommen im Club, Hashtag Klose. Also war wirklich, fand ich, finde ich cool. Oder auch 22.000 Mal irgendwie, das ist eigentlich, also Welcome to the Club, Klose, äh, Retweeted. Also, ist, ist schon cool, muss ich sagen. Das fetzt. Und, ja, was, äh, ja, achso, geschrieben hat hier, da mir noch keiner was, Kommentare, scheint ja jetzt anscheinend aus dem Let's Play die Luft raus zu sein. Also gut, ja, jetzt, außer meiner Panne, jetzt, aber, was, äh, naja, was hat das jetzt zu tun, das verstehe ich jetzt nicht, also. Ähm. Das ist halt, ja, ich weiß nicht, ich, es ist, es kommentiert niemand, das ist halt, also der Einzige, der immer kommentiert, Einz, ähm, Einzigste, ja, Einzige, liebe Sprachfreunde, der kommentiert immer fleißig, ähm, ist der, Philipp, Domastrzewitsch, oder wie auch man das ausspricht. Ähm, ähm, aber ansonsten, ja, ist halt hier irgendwie nichts los und das ist, finde ich, ein bisschen schade. Warte, wie ist denn, warte, 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 ist denn los mit dir? Finde ich ein bisschen schade, muss ich sagen. Aber, naja, also vielleicht kommt es so rüber, dass ich gelangweilt bin vom Let's Play. Es ist halt, erstens, klar, ich komme hier nicht wirklich voran, aber brauche ich ja nicht immer begründen, das ist ja bekannt warum. Und, ja, dann, äh, ist halt, passiert halt nicht viel, ne? Und, ja, wenn auch keiner was schreibt, so, kann ich auch auf nichts eingehen, ne? Das habe ich schon, äh, gefühlte tausendmal gesagt, dass, äh, bitte Vorschläge, äh, in das, in die Kommentare geschrieben werden sollen. Von euch, äh, von dir da draußen, ja, genau du, der jetzt gerade vorm Mobilgerät oder am heimischen, äh, Laptop oder Rechner oder PC oder was auch immer sitzt. Und sich dieses Video gerade reinzieht, an dich natürlich auch erst mal einen Daumen hoch, denn du bist natürlich schon jetzt fünf Minuten dabei, knapp, erst mal von mir einen Daumen hoch. Und, jo, das würde ich mir halt wünschen, aber, tja, ist, kann ich jetzt, ist halt, brauche ich jetzt auch nicht weiter diskutieren. Wir machen jetzt einfach weiter. Ja, Crowling Stomach ist immer dasselbe hier. Das geht nicht weg. Ähm, da braucht man diese speziellen, oh, hier riecht es aber gerade krummig. Wie wenn hier einer Chrysanthemen oder irgend so was versprüht hat. Sehr, sehr seltsam. Ähm, ja. Ja, an sich, äh, natürlich erst mal jetzt wieder dasselbe, aber es gibt halt, ähm, was, nein, all goods here, all day goods, all night, was, equip here, large size, aber das gibt's eben, verkauft keiner. Ja, irgendwie, ich weiß nicht, ob es an der Stadt liegt oder, auch immer. Es ist halt nicht da. Ich würde ja auch die kleine nehmen, aber ich glaube nicht, warum, warum sollst sie, ne? Das gibt keinen Sinn. Small, hier war sie doch gerade, Equipmentbox, hier. Search hier, alles ist, ist nicht eben angebaut. Ich weiß nicht, warum, aber ist, ja, schade. Aber ansonsten würde ich jetzt, ach so, warte mal, hier war doch noch irgendwas, alle, dachte ich, ne? Hier brauchen wir nicht unbedingt. Genau, Collectionbox. Materials. Collection. Nehmen wir erst mal die Small. Aber jetzt wüsst du nicht, warum es die geben soll und die anderen, also. Die Equipmentboxes, Boxen. Tja, na, brauch ich jetzt eigentlich gar nicht weiter suchen. Weil, gibt's ja wahrscheinlich eh nicht. Ja, gucken wir hier nach die Large. Aber das ist eh Quatsch. Warum soll's die jetzt geben? Okay, dann können wir eigentlich erst mal wieder nach Gym. Weil, kochen. Weil, da will ich, das ist halt was, wo ich weiterkommen will. Hab ich Bock drauf. Und das geht relativ schnell. Oh, jetzt mal wieder einer. Down gegangen. Was, das hat schon, diese neu. Oder? Alter, das hab ich noch nie gesehen. Post Station Runner. Who let the dogs out? Oh, 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 oh. Who let the dogs out? Ähm, hm, was sind alle Huse? Tschu. 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 Ruhen wir uns mal hier wieder einen Kochplan ab. Dankeschön. Ja, danke, 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 danke. Ich bin auch begeistert. My life. Das denk ich jetzt immer. Jedes Mal. Ne. Ähm, rice. Nein, du wolle, nein, nein. Guts, fish. Äh. Genau. Ich würde das jetzt mal wieder machen. Ich weiß, ich will, weil, ich hab ja jetzt die komischen Dinger, hab ich jetzt mit dem Bambus da schon gemacht. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich weiß es gar nicht mehr. Das hab ich vergessen. Gem Game. General, if you will have an opportunity to receive an, äh, rewards. Reduce manufacturing consumption if you use this method. Ah, okay. Ja. Also, was, warum soll's, äh, nicht positiv sein, ne? Irgendwann muss ja. Das war's schon wieder. Jo. Wahrscheinlich, ne? Äh, geh mir doch. Was ist denn da los? Die sind beide leer? Ne, 60 Stunden noch. Nur, ah, Mann, das ist doch behindert. Krieg ich denn die Dinger her? Ja. Also, das haben wir auf jeden Fall jetzt. Und jetzt brauchen wir noch, äh, Blatt Tofu. Machen wir jetzt einfach so. Weil, irgendwie hast du grad ähnliches gemacht. So, jetzt haben wir das fertig. Äh, schrauben wir uns das wieder rein. Wir haben es schon sowieso. Ja gut, das sollte ich vielleicht, muss ich jetzt nicht unbedingt nehmen, weil das hier mit der Stunde. Ja, gut. Yeah, running speed. Also, das ist, äh, boah. Also, der, der geht ja ab wie Schmitz Katze, du. So, hier. Was? Bist du mich jetzt verarschen? Ich mach dich kaputt, ey. Ey, ich spring dich um. Was, äh, was, will der mich jetzt verarschen? Ist das jetzt dem sein Ernst? Das gibt's doch nicht, oder? Ist doch eine Schweinerei. Ich sag jetzt nicht, weil hier das dumme Ding voll ist. Jo, wahrscheinlich, oder? Wahrscheinlich. Das, ey, das ist doch... Das ist doch Betrug. Das ist ja... Freulich. Jetzt nimmt's so an, oder wie... Ja, über die... Was ist denn los mit dir? So, ja. Bam. Jetzt sollten wir es ja wohl geschafft haben, ey. Yeah. Jetzt, äh, können wir das, äh, was? Oder? Ne, das geht ja nicht, ne? Ach doch. Can acquire life. Tired cooking obtain. Yeah. Can challenge. Cooking trainee. Claim reward. Claim, title, yeah. Ja, 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 ja. Wow, jetzt kann's auch gut fühlen, ja. Ja, der kippt mir jetzt nichts, weil die Tagesgust ist ja schon verballert. Aber ich will trotzdem mal jetzt hier gegen den, äh, antreten. Mal gucken, ob da was rauskommt. Ähm. Achso. Ich weiß auch nicht, ob man das irgendwie blocken kann, oder... Ah, hier, da, 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 da. Da, 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 da. Ähm, gut, man muss eigentlich immer von unten wegnehmen, ne? Macht am meisten Sinn. Ähm, grün brauche ich grün, grün, grün. Mist. Und artischocken. Artischocken und grün, Artischocken und grün, ey, Pimmel, BAM, in deinem Gesicht, was ist denn das, ja, das brauch ich alles nicht, Mensch. Ach, Gutschen, ja, was, wahrscheinlich, oder, jo, räumst du einfach mal ab hier, geil, 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 ähm, Alter, was ist denn los, oh yeah, Telefon, ich mach mal aus hier, das sind die professionellen Hobby-Letts-Player, ne, wo dann auch mal das Telefon klingeln, ne. Jo, warte, jetzt, ich, ich raste aus, ey, jetzt ist natürlich nix grünes mehr da, ja, ich versteh nicht, wie kann ich schon die, den Kack hier noch sammeln, ey, jo, wahrscheinlich, ey, was bin ich dran, also ich würde meinen, ich müsste es dann anklicken, aber, erst mal muss ich das ja aufladen, irgendwie, oder, ne. Boah. Elivir. Wahrscheinlich, oder? Ich geb dir. Ey, so, was ist denn los? Na komm. Digga. Wegnats. How to nuts in the 24th century. Ja, haben wir ja wohl nicht, das muss ich irgendwie noch nicht, äh, verstehen, oder? So, send me, jetzt können wir hier das machen. Daily Tosk, jetzt können wir. Wir sollen Kebab und es Sichuan-Sauce-Shrimpball So, hier Kipp- Cheb- Auch's Kebab. Hier, das auf jeden Fall. Und das. Yo, Read Book. ganzes Buch für ein Rezept, finde ich auch stark, ja. Ja, die Folge ist eigentlich schon jetzt, sind wir schon eigentlich durch, aber ich mache da jetzt nicht so viel draus. Den Beleitzen habe ich ja ein bisschen verkackt. Ist das jetzt nicht so schlimm. Auch wenn das jetzt ein bisschen eng wird, vielleicht, mit dem Hochladen. Ja, irgendwie Kebab, was? Short Rib of Hotan Sheep. Okay, und Fresh Water Shrimp. Dann wird das mal eine coole Aufgabe für die nächsten Folgen, denke ich mal. Also Folgen wahrscheinlich, weil, bis ich das alles zusammen habe, könnte durchaus zwei Folgen dauern. Vielleicht machen wir es auch in der nächsten. Seid gespannt, ihr Freitag geht's dann weiter und ich bedanke mich für das Einschalten und sag einfach mal Tschau-sinn.